Und damit willkommen zurück zu meinem Part. Okay. Er spaziert hier ein bisschen rum. Haben wir die hier schon gebootet? Ja, haben wir. Hier dorthin haben wir vielleicht noch nicht. Ja, ich glaube, die hatten wir alle schon. Und hier müsste noch einer liegen. Da wäre der hier so, den wir hier hinten bekämpft haben. Mhm, Kampfstab. Das Schatten, das hat schon Kampfstab. Kampfstab 2 bis 7 Schaden. Nö, bis 7 Schaden. Nö, bis 7 Schaden. Verkaufen wir irgendwann mal wieder. So, dann haben wir hier erkundet oder was? Ja, sieht fast aus. Sagen wir mal hier weiter oder dort weiter. Mit Haste. Hier einmal hoch. Krillnetzbank. Nicht verwendbar. Schade. Schwierig. Die Reichtentür. Könnte man ja mal versuchen. Eine 10 brauchen wir dafür. Okay. Eine 7. Haben wir geschafft. Okay, öffnet. Die Reichtentür. Das ist hier zu sehen. Ja. Eine weitere Tür. Eine weitere Tür. Das ist hier auch gefangen. Das ist einer Apophag. Eine Schlange. Die Reichtentürung ist nicht gut. Rundenbasiert Euber Maßstab. Du befindest dich jetzt zur Rundenbasierten Euber Maßstab. Das spielt mich aber etwas. Okay. Okay. ich habe kein gegner was mich beunruhigt das ist doch vielleicht eine unkluge idee großartig 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 Sie finden nur eine Falle, trappen, trappen Oh ha Da stehen wir mal Holla die Welt viel Sie sind in der Hive genug Progresso Oh kack, diese Wahrnehmungswürfe Sie müssen weitergehen Das ist einer hier noch auf einer schweren Falle trifft Er stirbt und brennt Was dachte ich mir Aber wir sterben hier noch drin Wer ist jetzt dran? Nichts drin Eine Kiste Was können wir einmal hellen? Schattenherz zum Beispiel Können wir gerade nicht, haben Schattenherz kann selber Das können wir gar nicht Oh, ach du Scheiße Ähm Dann hoffe ich, das geht gut aus hier Ach du Schande Jetzt sollte sich mal die Tür öffnen Jetzt sollte sich mal die Tür öffnen Ein 15 Dommer dafür Donuts hinzufügen Ach, brauchen wir gar nicht Tür ist offen Tür ist offen Tür ist offen Mal schnopfer da in der Falle treten Oder wo wir jetzt hier hin gelangen Da lädt was Das muss nicht immer gut sein Ach, hier am Strand sind wir wieder Großartig Das wär mal Heidung nicht ganz schlecht Wann können wir das denn jetzt nicht Das ist doch, Leidung haben wir auch noch nicht probiert Können wir sie Wie wir anderen werden uns auch sehen lassen Hellbrug oder so lange und rasten ja eine lange raste jetzt auch mal was tolles hier am strand glaube ich machbar obwohl ich habe hier die ruinen waren dort ich glaube wir könnten ja es könnte klappen dass wir hier mal eine lange raste machen zum lager lange raste kurze raste tag beenden du hast geliehen klage vorbereitet um einen bei einer langen rast trefferpunkt und sauberplätze wieder herzustellen ja machen wir mal haben wir noch nicht lager allgemeines tutorial in deinem lager kannst du eine lange raste sein wegen und eine gruppe vollständig teilen aus dem kannst du mitglieder verwalten die beziehung mit deinen gefährten weiterentwickeln später deinen körper ändern und weitere anhänger rekrutieren so wie war es mit heilen machen vielleicht um schlafen er wurden über sieben modus kommen ausschalten ach so man ist gerade aktiviert er geht gerade irgendwie nicht wir können mit ihm reden was ist auch ein schöner abend jetzt baden schweigen das ist bezweifle ich das ist bezweiflich mir die kontemplating devils dragons mindflayers they used to be abstrages pictures on a piece of paper what a difference a day makes now we have tap holes slithering through our heads like carnivorous feet high that's not abstract Es wird schon werden, ihr sollt euch auskommen schätze ich hört auf euch die Koffer zu zermatern, ich muss euch sagen ihr habt recht wir stecken tief in der ihr wisst schon. Das ist der Geist, wir sind mit dem Lark, finden wir eine Healer bevor der Wee-Won lebt. Ja, ja, ja. Illusion Astarion. All of this feels so new. The night normally means bustling streets, bursting taverns. Curling up in the dirt and resting is a little novel. Versuch das hier ein bisschen normal aus Gerut sein, das ist eine gute Idee. Ich bin in keinem Platz zu resten. Heute war es... viel. Ich brauche ein bisschen Zeit, um Dinge durchzuführen. Um das zu processen. Du schlappst. Ich werde mich anschauen. Ich weiß nicht. Naja egal, wir müssen schlafen. Kommen wir zuerst in den Sätzen. Kommen wir zuerst in den Sätzen. Wo haben wir denn die Dritte? Da hinten haben wir sie. Gehen wir mal Schattenherz besuchen. Ist jemand neidisch? Ich sehe. Ich würde mich mit Gail bemerken. Ich werde dich zuerst öffnen. Aber nicht traut ihr nicht. Sucht keine Ärger nicht. Hört auf damit und bleibt konzentriert. Ich habe mich niemandem anvertraut, ich habe nur gelernt. Wenn mir jemand Sorge macht, dann ihr euch wart nicht gerade offen, was euch selbst angeht. Ja, der Healer kann gerne nicht ersetzen, wenn wir ihn finden. Dann brauchen wir dich endgültig nicht mehr. Okay, warum machen wir unser Zelt drüben? Flaschenregal. Steinbett. Nichts. Können wir schon irgendwas ändern? Eigentlich nicht. Anlage senden. Die Kisten können wir hier. Oha, hier ist ein Kuss. Oder einmal werfen. Einmal bei Dwarf. Juhu. Na dann. Blöd vorschlagen, gehen wir uns mal hin. Okay, schlafen können wir da nicht. Oder was? Oh, das ist ein Kuss. Das ist ein Kuss. Ja. Das ist ein Kuss. Das ist ein Kuss. Das ist ein Kuss. Das ist ein Kuss. Aber weht zwar. Nehmen wir das noch auf. Okay, Zauber vorbereiten. Magical, Paralinoid. I don't have a problem with Zaubertrix. Ein Lager verlassen. Na dann, wir sind alle geheilt. Die Zauber sind wieder voll. Auf geht's. Zug zum Strand. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt mal, in der Ruine war glaube ich noch was, da sollten wir vielleicht mal, da sollten wir mal nachgucken gehen. Frisch ausgeruht. Auf die Dienung auf nächstem Weg stehen. Die Zupfer, das wir noch nicht getan haben. Ja, ist zu. 5, easy Liederhelm Können wir gebrauchen Wer kriegt denn den Liederhelm? Tja Am ersten würde ich sagen, ein Gale, oder? Ist ein bisschen merkwürdig aus, aber Der hat keinen Helm gebrauchen Schwänchen Ja, das schnurren wir mal hier lang Ja, das schnurren wir mal hier Ja, das schnurren wir mal hier Ja, genau, hier wird man lang Ja, hier ist der Stein, aus dem wir Geld gezogen haben Und weiter die Straße lang Hier waren die Ruinen Kappelleneingang Oha, vielleicht können wir einen Überraschungsanwurf machen Die hat uns eh bekämpft Ja, das ist Ja, das ist Ja, der hat uns Und das Also Ja Und das Nein, nicht hier rum. Nicht durchs Fett. Ach, von mir aus. Das ist ein bisschen dumm. Okay, er steht ganz in der Nähe. Super Wohnerschlag. Okay, da geht er da unten. Hier oben noch jemand. Dort jemand? Und, nee. Dann würde ich mal hier. Okay, der ist ganz spassiert. Okay, da kommt noch jemand. Oh, unser Zauberer schläft. Ich glaube, erst damit braucht man ein bisschen Heilung. Nicht erreichbar. Hm. Wunden verursachen. Oh, das auf. Nicht erreichbar. Ja. Sehr schön. Genau, das schneiden. Genau, die Schussbahn bewegen. Und dann selber schießen. Nicht schlecht. Ich würde mal hier... Durchbohrener Schuss. Und das würde ich nicht mehr looten können. Nicht schlecht. Ich bin ein bisschen näher. Hm. Das hat aber nicht so gut geklappt. Das ist doch jetzt cool. Mein Zuge. Mein Zuge. Ja, du wirst mal zurück. Jetzt würde ich mal hüpfen. Nach da oben. Voll, voll. In den letzten jetzig Jahren. Woher ist der eigentlich geflüchtet? Ich dachte, der wäre hier. Achso, hier. Der ist sauber. In der Kampf. Fehlschlag, na toll. Das finde ich ja großartig. Das finde ich ja großartig. Fehlbogen. Was ist denn hier? So, ich gehe mal hüpfen. Was ist denn hier? Fehlgeschlagen. Na großartig. Das finde ich ja großartig. Das ist denn hier. Ich gehe mal hin. Du wirst es auf。 Ich gehe mal hin. Das ist ein führer. Ich gehe mal hin. Die Jungen besiegt. Ich muss einmal looten. Oha. Durchbogen. Jeder Wusstung. Durch 3 bis 6 Schaden. 3 bis 6. 3 bis 6. Aha. Okay. Können wir verkaufen. Drei bis acht. Drei bis zehn. Nein. Ich habe eine Herzkunst gebraucht. Die können den Bogen kriegen. Für Distanzangriffe. Niederrüstung. Die kriegt man unser Astarion. Der hat sich schon so. Da ist jetzt. Bis nächstes jetzt die andere Robe. Mit O-Rüstungs-Klasse 11. Oha. Was hat denn eine Rüstung? Muss uns das ziehen. Naja. Muss das 13. Ich glaube nicht hier Rüstungs-Klasse 11. Naja. Verkaufen wir das Ding, oder? Jetzt mal erstmal bei dir. So. Können wir hier runterspringen. Vorsichtig, Leute. Das ist eine offensichtliche Falle. Oha. Ein Langschwert. Schuppenpanzer. Das ist sexy. Ja. Ich weiß nicht, ob ich den Kindern will. Oh. Oha, auch nicht schlecht. Okay. Schuppenpanzer. Rüstung 14. Schlichte Robe. Die sieht auch nicht schlecht aus. Rüstung. Aha. Oh, große Güte. Schlichte Rüstung. Das sieht doch noch was aus. Dürfen wir Rüstung nicht mehr als 10 haben, oder was? Einfach ein Wams. Oh Gott. Das. Das. Das ist ja. Das ist ja. Das ist aber irgendwie übelst drin. Gibt das Nachteile beim Kampf, oder was? Wo ist denn mit mittlerer Rüstung irgendwie übelst? Es? Golduss durch Geschichtlichkeit auf 2D mit hier hat. Oh Gott, nein. Ich gehe mal weg. Das sieht aber auch nicht aus. Das da. Ich nehme mal lieber das hier. Rüstungskiste 11 und es wird was für Schatten der hat schon Rüstung 13 wenn wir das nicht schlechter machen geben wir es auf Langschwert können wir wahrscheinlich nicht benutzen, oder? Naja, ich weiß nicht Sie meinen Körper hier mit einem Siebel sind wir bis 9 Schaden 3 bis 8 Schaden ja, behalte ich das erstmal das Langschwert, das könnte würde ich uns Magier mal geben wenn wir es als Zweitwaffe benutzen darf das Targon 0 bis 9 Schaden der Stab hat 2 bis 7 Schaden vielleicht können ich kann sie das Langschwert nehmen warum nicht 1 durch 1 durch und 7 2 durch besser müssen wir durch hier noch 1 haben 2 durch 2 Kumsiebel warum nicht die Zauber habe ich noch keine Ahnung wie man die nutzt unten sind wir mal vorsichtig endlich bugs unterbrochen ok wo geht es hier lang ins Tür 7 Ja Ihr schafft es Reindurts Oha Da habe ich mich nicht angegriffen Äh, joa Ist es nur eine oder Vielleicht eine Menge Wir fangen hier mit unserem Charakter an Dann mal Zwei Hand Wow Okay, den haben wir Sofort besiegt Eine Lederrüstung Kurzschwert Fertig Schlüsse Mal mit Dann kann ich die Rüstung nehmen Und der 11 Dürfte eigentlich gehen Wie schaut es aus? Ja, besser als der Fummel würde ich sagen Auch nicht gerade edel Fürs Erste Warte, wir haben hier noch ein Kurzes Schwert Vielleicht kann ich das nutzen 3-8 Schaden 3-8 Schaden Ja, macht jetzt nicht Vom Look her Macht es Schaden Vom Look her macht es Schaden Okay What? Okay Ein bisschen abgelenkt Dann mal hier runter Dann mal hier runter Hier mal einen großen Tisch Hünderkiste Wettvolle Sachen, die wir Über Über Mal verkaufen können Vorratspaket Nicht schlecht Leibkäse Würstchen Wasser Grafen Feinkarafen Feinkarafen Wir räumen die Mauer nicht ab Schneidebrett kann man auch Verkaufen Käse aus Tiefwasser Klappige Stuh Klappige Stuh So was haben wir hier So was haben wir hier Kommen die Wesen Können sie das vielleicht lesen Das sind die Wesen Wesen Anciente indeciperable Text Was sind die Wesen Das war wohl das Quartier von jemandem. Ich mache hier so viel Schlossknappung. Ich könnte hier fast ein Schubgewerbe. 15. Ja, easy. Wer braucht Astarium als Schubgewerbe selbst können? Ein weiterer Schritt nach vorne. Eine bessere Position. Okay. Okay. Den Tomschützen erledigen. Noch Hände knapp. Schade. Sonst fallen hier keiner. Ja. Na dann. Ja lecker. Ja. Ich bin fertig. Ich kann nicht warten, zu schlafen. Mhm. Liebes Werkzeug. Durch. Ja, wenig Interessantes. Aber verkaufen wir irgendwann. Was haben wir hier. Noch irgendwas Interessantes. Das sieht ehrlich gesagt nicht aus. Hier wäre eine Tür. Ist das nicht möglich? Nicht. Kein Lock. Kein Handel. Wie ist es öffnet? Ist das nicht möglich? Woher ist das? Eigentlich nicht. Und die Tür ist offen. Ich könnte. Ich könnte. Ich könnte eher mal vorgehen. Sind schon weit angeschlagen. Nächster Kampf. Auf. Ein Vierstab. Sehr schön. Ich bin der Bewegungsrate. Okay. Barton. Na toll. Das ist ja sehr schön. Wenn wir da jetzt lang. Ab ins Feuer oder so. Ähm. Du machst das. Ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Kann man trotzdem schießen? Krieg sind da oben. Es läuft hier gerade nicht so ganz so gut. Es läuft etwas schlecht. Ich werde mal sprechen sollen vorher. Dann haben wir das letzte Mal gesprechert. Ach du Scheiße. Mastarion muss am Arsch. Ich auch. Mastarion brauchen wir gerade ringen da. Okay, da geht einer da unten. Unser Magier könnte ja noch mal was machen. Donnerroger. Ja. Ja. Ich hätte uns so oft gelungen. Fantastisch. Wir brauchen mal Heilung. Sehr schön. Und schützt auf dich selbst. Okay, dem geht es auch nicht mehr gut. Oh, gefestet. Nicht gut. Ich glaube, wir sind denen ein bisschen unterlegen. Wir sollten ja noch nicht sein. Hauptangriff. Hauptangriff. Ich glaube, wir sind die nächste. Ich habe ein paar Pfeil. Ich habe ein paar Tauch. Ein paar Pfeil. Ich bin die nächste. Ich bin sowas von am Arsch, sterbend. Ja. Na komm. Und die sind auch sehr sterbend. Na ja, das geht nicht. Ich habe ihn auch geschafft, aber gerade so. Kapellenaufzeichnung. Okay. Mit dem können wir die nicht. Ich probiere hier mal schnell looten. Nichts auch oben. Nix. Ich finde nicht was. Wir sollten uns mal selbst... Einmal Heilung. Heilung auf dich selbst. Ich hoffe, dass wir uns wieder laufen können. Ich hoffe, dass wir gerade schon abgucken. Klapellenaufzeichnungen. Dann machen wir mal ein bisschen Licht an. Leerebücher. Ich versuche auch unseren Book bekommen, die zu lesen. Ich habe mir hier viel zu lesen. Wir müssen mal sehen, was das macht. Mach Licht. das ist auch mal ein besonderes buch doppelte Bücher können wir nochmal verkaufen okay das hat sich doch zumindest ein bisschen gelohnt nur ein Hebel, den würde ich ungern ziehen ich würde sagen schnell raus hier bevor es hier noch mehr Ärger gibt wir fuhren da oben, das ist natürlich da draußen wir haben auch schon gelootet wir sind so kaputt, wie sollte man mit einer langen Rast machen und nicht in die Ruinen ich sollte irgendwo anders hin vielleicht können wir hier mal ganz vorsichtig lang und hier hinaus im besten hiermit einmal kurz rasten ich hoffe wir werden dann über Nacht nicht angegriffen wir müssen dringend heilen okay, der schwiebelt ich sollte auf sprechen hmm 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 ich bin mir selbstfaniet Ja. Er ist auch schon ein Versetzer. Prost! Und ja, das wäre eine so schlechte Idee. Wie geht es denn so? Sie sind immer neidisch. Nur mit den Spinnen. Natürlich. Aber ich dachte, was wenn es nicht? Natürlich. Das erste Signum der Veränderung. Und ich werde das ziemlich kleine Herz von deinem zu stoppen. Ich bin offen zu Suggestionen. Knife? Wurzeln? Strangulation? Was auch, was du möchtest. Ich weiß nicht. Und ihr? Hm. Ja, bin ich wohl offen. Ja, bin ich wohl offen. Ich würde gerne, dass du versuchen kannst. Jetzt, lass uns ein Rest. Je schneller wir morgen beginnen, Je besser unsere Chancen, das hier hypothetisch zu halten. Ist ne gute Idee. Es sei denn es gibt ja Schatten. Fell. Was zu tun. Färbemittel. Hm hm. Färbemittel. Dann ist nochmal drin. Wobei, Färbemittel. Können wir damit... Kleidung färben. Auszusetzen, um die Farben zu ändern. Oha. Na unbedingt. Link. Und da bist du elf. Das selber. Hm hm. Kommunierendes Färbemittel. Kommunierendes Färbemittel. Mit dem Auszusetzen, um die Farbe. Ah, ok. Jetzt können wir hier. Kommunierendes Färbemittel. Sieht jetzt nicht sehr viel anders aus. Oh, gut. Oh, gut. Interessant. Neh, Christian. Das ist ziemlich enttäuschend. Jetzt habe ich nicht viel geändert. Die Mütze. Die Mütze. Na ja. Wir haben jetzt ein paar sehr seltene Sachen verständelt. Aber die rote Sitter ist ja schon. Und die fehlt mir. Ich muss einmal schlafen gehen. Ähm. Was stehst du dich? Und was war denn das? Ja. Oh, wir haben jetzt eine rote. Die Mütze hat sich geändert. Die Mütze hat sich geändert. Oh, nicht schlecht. Ist jetzt ein bisschen rot. Die Rüstung ist auch nicht. Ja. Nicht übel. Für den Baden. Sieht schon mal vernünftiger aus. Als vorher. So. Na dann. Lager verlassen. Wir sollten es nicht als selbstverständlich achten. Dass hier nachts nichts passiert. Die Mütze ist ein arm. Muss gehen. Oha. 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 Die müssen wir noch befreien. Badentäuschen und Güte, ihr habt einen Spieger geschnappt. Die Invasionskräfte der GIF sind gleich hinter mir. Rettet euch. Weißt du was? So gut. Zehn brauchen wir dafür. Bonus hinzufügen, das muss nicht klappen. Auf geht's. Ach ja, so schon. Sag schön, bitte. Ne, komm. Wunder mit ihr. Wisst bloß nicht wie. Ich weiß wie. Kommt auf hier. Ja. Uh. Wunder. Wunderschöne. Wunderschöne. Wunder oder wunscherz ein Zukunft wie Geich. Wunder. Die Spiele, die Verletzungen, die wir haben. Ich weiß eine Belegung. Entfernt mich und ich werde es mitnehmen. Geh mich runter. Der Tadpole hat noch nicht alle deine Szenen gespürt. Auspischend. Aber je länger wir warten, je mehr es konsumt. Meine Leute haben die Kürze für diese Infection. Ich muss eine Kräsch finden. Du möchtest mit mir. Wichtig. Sie sieht sicherlich, dass deine Kindheit als Schwierigkeit. Lass sie nicht erzielen. Was genau ist deine Kürze? Ich dachte, ihr hättet längst ein Heilmittel hier bei euch. Schließlich danke wären nicht verkehrt. Ja, wir reisen zusammen und suchen die Kürze. Ich glaube, wir gehen getrennt weniger. Wenn sie mit einem Gecht Tadpole haben, müssen wir bei Augustyl für die Kürze. Ich meine, sie tun zu mir. Es ist ein Schmerz. Ich habe eine Kürze, und du hast ihn. Deine Fantasie ist nicht meine Kürze. Du kannst auch ein Wälder bedenken. Die Kürze, die ich wünsche, werden wir uns dankbar. Wir müssen mal gucken, wen wir dafür rausschmeißen. Sie sind keine Kämpfer. Könnten oder warum? Bei den nächsten Rast können wir mal gucken, wie wir sie dazunehmen. Ich mag das Outfit, das hat was ... das hat was Badiges. Jetzt kommen wir wohl, das reicht ja ... der Tieflänge, wenn ich das richtig gesehen habe. Und noch ein anderer. Es ist kaum das warmste von Welcomes. Das riecht nach einer Falle. Gehen wir mal den anderen Weg. Dann bin ich hier gerade auf dem Timer. Es wird Zeit, an dieser Stelle mal ... ... die Parts zu beenden. Ja, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020